Was ist denn hier zu lachen? Ach so, naja, alles klar. Er ist sehr schlecht. Er natürlich. Im wilden Westen kann ihn keiner. Er spielt den Onkel Doktor. Bud Spencer hat für jeden die richtige Medizin. Eine Faust geht nach Westen. Nach den Nachrichten auf ProSieben. Und danach sehen Sie Arnold Schwarzenegger und Grace Jones in Conan der Zerstörer. Zerstörer um 22 Uhr. Liebe Zuschauer, heute Nachmittag haben wir schon den Abenteuerfilm und den Agentenkrimi parodistisch aufs Korn genommen. Und nun ist der Italo-Western dran. Eine Faust geht nach Westen bei unserem großen Kinoabend. Und diese Faust gehört Bud Spencer. Was der sympathische Dicke damit so alles anstellt, können Sie sich vorstellen. Kräftig austeilen natürlich. Und weil der gute Bud nebenbei auch noch ein echter Doktor der Rechte ist, darf er jetzt auch einen falschen Doktor der Medizin spielen. Als solcher verpasst er den Schurken eine rezeptfreie Rosskur, die sich gewaschen hat. Ich wünsche viel Vergnügen.